Die 37. Sitzung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Rochlitz begann mit der Änderung der Tagesordnung. Dr. Martin Tchelkowski von der CDU beantragte, den unter Punkt 6 stehenden Beschluss über den Abschluss eines Mietvertrages für das Übergangsquartier der Bibliothek Rochlitz abzusetzen. Die Rede fühlten sich nicht ausreichend informiert, begründete er den Schritt. Auch Uwe Neidhardt von der FDP regte an, im Bauausschuss zu prüfen, ob zentrumsnah ein alternativer Standort vorhanden ist. Das Thema soll dort am Donnerstag beraten werden. Weiterhin fassten die Räte den Beschluss zur Bestätigung der Wahl von Thomas Hellfeuer zum Stadtwehrleiter und Wehrleiter der Feuerwehr Rochlitz und Kamerad Jan Krumpholz zum Wehrleiter der Feuerwehr Noswitz sowie deren Stellvertreter. Die Wahl hatte am 25. August stattgefunden. Außerdem wurde die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und ein Nachtrag zur Sanierungsvereinbarung für das Objekt Burgstraße beschlossen.